Hallihallo, Hallöchen meine lieben Freunde und herzlich Willkommen zu diesem kleinen Infovideo. Es ist endlich passiert, euer Drake hat seinen neuen Rechner, bzw. er soll am Dienstag oder am Mittwochern kommen. Ja, das bedeutet, euer Drake muss ganz dringend seine ganzen Daten gesichert haben und die Daten seiner Freundin, denn sie wird meinen alten PC bekommen, den ich aber komplett vorher neu aufsetzen muss und ich muss natürlich auch den neuen PC erstmal einrichten, alles einstellen und das wird ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Hinzu kommt das lange Wochenende, was jetzt kommen wird, wir haben jetzt ja gerade den 1. Mai und ja, das Wochenende darauf haben wir ja ein langes Wochenende und da bin ich ja auf einem Mittelalter-Festival und das geht über ein paar Tage und dementsprechend bin ich natürlich auch nicht da und kann keine Videos aufnehmen. Aber keine Sorge, euer Drake hat natürlich was für euch im Petto und zwar Mario Kart. Ja, mein Kollege Aki war nämlich zu Besuch und da Funny Guy es zeitlich im Moment nicht schafft, meinte er dann zu mir, ich soll es dann lieber mit ihm aufnehmen, was wir auch getan haben und es sind 7 Parts Mario Kart für euch entstanden und ich freue mich darauf, euch diese Parts online zu stellen. Ich werde sie wohl alle 2-3 Tage veröffentlichen, damit ihr was zu gucken habt, ihr nicht komplett auf Drake verzichten müsst und sobald dann mein neuer Rechner alles eingerichtet ist, bin ich dann auch wieder vor euch da und ich denke, das sollte ich hinken, über das lange Wochenende alles fertig zu machen. Aber wie gesagt, es dauert halt seine Zeit und ihr wisst ja, Arbeit, Real Life, das passt manchmal überhaupt nicht alles zusammen, aber es muss sein. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass es endlich geklappt hat, dass er endlich da sein wird und dann werden auch neue Projekte dazukommen und natürlich die alten auch weitergehen. Das bedeutet also für euch, Super Mario 64, Yoshi's Island und Pokémon Feuerrot werden eine Woche aussetzen und stattdessen wird dann für euch dann jeweils das Mario Kart Let's Play hochgeladen. Ja, Leute, ich hoffe, ihr freut euch genauso für mich, wie ich mich gerade drüber freue, dass es endlich passiert, dass er endlich, endlich da ist oder kommen wird. Ja, Leute, ich kann euch gar nicht sagen, wie erfreut ich bin und bevor ich euch jetzt hier noch weiter zuquatsche, würde ich sagen, wir beenden das Video, freut euch auf Mario Kart und auf meinen neuen PC und auf die neuen Projekte und die alten natürlich. Also, ciao, schönes langes Wochenende und noch einen schönen 1. Mai euch allen, euer Drake.